Tango, das ist mehr als ein Tanz, das ist vielmehr Lebenseinstellung. Die Kombination von Musik, Bewegung und Leidenschaft macht die Faszination dieses südamerikanischen Tanzes aus. Und die Zahl der Tango-Begeisterten wächst auch hierzulande. Das zeigt die volle Tanzfläche gestern bei der Eröffnung des ersten internationalen Tango-Festivals in Wien. Großer Andrang bei der ersten Milonga, also einem Ball, auf dem ausschließlich Tango getanzt wird. Aus 20 Ländern sind die Tango-Begeisterten nach Wien gereist, wo die Zeit für ein solches Festival schon fast überreif war. Nachdem es so viele Metropolen in Europa gibt, wir haben gesagt, wenn es die anderen können, dann können wir das auch. Und zwar mit sehr viel Wiener Charme und das passt auch sehr gut zu Wien, weil Wien ist die Stadt der Musik, Wien ist die Stadt der Bälle und der Tänze und nur Tango hat eben gefällt. Die Wiener Szene ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Wer einmal mit dem Tango-Tanzen angefangen hat, der kann nicht mehr damit aufhören. Die Tango-Trens, die ich kenne, die verfallen eben eigentlich völlig. Also es gibt dann keine anderen Hobbys mehr. Die Abendgestaltung ist eigentlich festgelegt. Und für mich war es sogar so, dass ich schauen habe müssen, dass es nicht berufsgefährdend ist. Also Freunde von mir sagen dann schon manchmal, wir haben dich an den Tango verloren. Entstanden ist der Tango, der auch als getanzter, trauriger Gedanke bezeichnet wird, im 19. Jahrhundert in Argentinien. Von Buenos Aires aus eroberte der Tango Argentino die ganze Welt. Aus Argentinien stammen auch die Stars des Festivals. Die sechs Maestros vermitteln in Workshops ihr Können, von dem sie gestern eine Kostprobe gegeben haben. Noch bis Sonntag finden Tanzcafés und Milongas statt. Den Tango-Begeisterten ist dabei vor allem eins gemeinsam. Die Liebe zum Tango ist, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit. Die Liebe zur Bewegung, weil sonst haben wir Leute aus allen Sparten, aus allen Klassen, aus vielen Ländern. Hier trifft sich einfach alles. Tango, das ist auch eine universelle Sprache. Und die Liebe dazu kennt weder Landes- noch Altersgrenzen. Männer dürfen gratis Vielen Dank.